Herzlich willkommen meine lieben Freunde, ihr seht worum es geht. Ich möchte gerne mit euch, nachdem ich die Infos habe sacken lassen, einmal über die neue Steam Deck OLED Variante sprechen, im Vergleich zur LCD Variante, was das für Steam Deck Nutzer der ersten Generation bedeutet und ob ihr euch ärgern müsst, wenn ihr beispielsweise im letzten Sale zugeschlagen habt. Ich habe gestern ein Video dazu gepostet, als die Info rauskam, dass wer auf die Katze aus dem Sack gelassen hat. Das heißt, sie haben ja wirklich ein von Grund auf erneuertes Steam Deck rausgebracht. Wir schauen uns gleich an, was dort alles verbaut ist, ohne letztendlich das alte Steam Deck fallen zu lassen, sondern haben dieses OLED Steam Deck eigentlich sogar eher mit einem Versprechen an die alten Steam Deck Nutzer versehen, Dass sie gesagt haben, ey Leute, euer Modell ist trotzdem top aktuell, gerade jetzt natürlich, wenn wir Konkurrenz haben, wie das Ally, wie das Lenovo Legion Go, wie ein Aya Neo Kun und und und. Aber lasst uns einmal reinschauen. Wie gesagt, ihr seht es hier im Hintergrund, ihre Spiele in neuem Licht. Das Steam Deck OLED erhältlich ab 549 Dollar ab dem 16. November. Wir schauen aber gleich auch mal auf die Euro Preise. So, und zwar, klar, namensgebend, die größte Neuerung, die wir hier haben, ist tatsächlich das OLED Display. Das heißt, wir haben ein Display vorher mit einer Bildschirmdiagonalen von 7 Zoll gehabt. Das vergrößert sich jetzt ein wenig auf 7,4 Zoll, da die schwarzen Ränder ja minimal kleiner geworden sind. Bedeutet, wir haben ein größeres Display trotzdem mit der 800p Auflösung. Das heißt, die Auflösung bleibt gleich. Und ich habe gestern ganz, 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 ganz viele Kommentare bekommen, unter anderem auch, dass ein paar von euch gesagt haben, hey, das wäre schon echt cool gewesen, wenn wir jetzt daraus ein 1080p Display gemacht hätten. Aber das ist tatsächlich aus einem ganz bestimmten Grunde eben nicht geschehen. Wenn wir die Auflösung erhöhen würden, das heißt, wenn wir jetzt generell nativ in 1080p spielen und eben nicht mehr in 800p, würde das bedeuten, dass der Prozessor mehr leisten muss, dass die APU mehr leisten muss, sodass sie stärker sein muss. Ansonsten bei gleicher Leistung würde es bedeuten, bei einer höheren Auflösung, dass die Performance schlechter ist, dass die Frames runtergehen. Und damit wäre beispielsweise das Verifizierungssystem komplett im Eimer. Denn wenn ein Spiel vorher, sagen wir mal, grundsätzlich mit 30 Frames gut lief und jetzt durch eine höhere Auflösung eben auf 24 Frames beispielsweise im Mittel rutschen würde, wäre es nicht mehr wirklich verifiziert. Und das würde alles auseinanderhauen. Und von daher ist die Entscheidung, dass die Auflösung bei 800p bleibt, absolut nachvollziehbar und richtig. Denn, wie gesagt, ein verbesserter Prozessor wäre dann einfach noch wie so ein Rattenschwanz gewesen, der sich mitzieht. Denn dann hätten wir tatsächlich von dem Steam Deck 2 gesprochen. Aber Valve hat mit ganz, ganz großer Absicht eben nicht ein Steam Deck 2 rausgebracht, sondern hat das Steam Deck eigentlich in so gut wie allen Punkten verbessert, ohne das alte Steam Deck fallen zu lassen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Also, wir haben 800p. Wir haben bessere Farben. Und bei einem OLED-Display, ihr müsst es euch vorstellen, dort könnt ihr, stellt euch vor, ihr habt einen Pixel, der komplett befeuert wird, der richtig hell ist. Dann kann bei einem OLED-Display der Pixel, der daneben ist, komplett abgeschaltet sein und schwarz sein. Und daher habt ihr perfekte Schwarzwerte, weil die einzelnen Pixel abgeschaltet werden. Und ihr habt dann auch nicht dieses Verwaschene oder sonst irgendwas, sondern ihr habt wirklich die Möglichkeit, extrem helle Bereiche neben extrem dunklen Bereichen darzustellen. Und dadurch habt ihr dann eine Farbvielfalt, gerade weil ihr auch noch steht, hellere Farben. Denn das wurde auf 1000 Nits erhöht, die Helligkeit des Displays. Und in dem IGN-Review beispielsweise wurde auch gesagt, ja, das Display, das ist einfach eine unfassbar gute Neuerung. Man kann auf einem Video gar nicht zeigen, wie gut dieses Display aussieht, aber die sind einfach nur absolut begeistert und sagen, das Display ist der absolute Knaller. Also ja, das OLED-Display hier die absolut größte Neuerung, aber ganz ehrlich, meiner Meinung nach nicht die wichtigste Neuerung. Ich würde sagen, die zweitwichtigste Neuerung, aber zu der allerwichtigsten Neuerung kommen wir noch gleich. Lasst uns einmal weiter runtergehen. Ganz wichtig noch zu dem Display, das sehen wir gleich übrigens auch unten, der Touchscreen wurde tatsächlich verbessert. Ich nutze bei meinem Steam Deck, ich habe es hier liegen, den Touchscreen so gut wie gar nicht. Aber die Reaktionsfähigkeit wurde verbessert, sodass wir da jetzt für die Leute, die den Touchscreen nutzen, einfach dort auch ein besseres Erlebnis haben werden. Lasst uns weiter runtergehen. Lasst uns schauen, was wir hier noch haben. So, und hier kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich länger spielen, schneller herunterladen. Und so, es wurden sehr, 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 sehr viele Komponenten überarbeitet. Das Display ist ein wenig dünner geworden, sodass das Steam Deck selber innen drin mehr Platz hat für die anderen Komponenten. Und das Gehäuse ist komplett gleich bei dem Steam Deck, bei dem neuen Steam Deck im Vergleich zum alten. Das ist komplett gleich. Das heißt, es ist weder größer, kleiner, dünner noch sonst was. Es ist leichter, das Steam Deck, aber ansonsten ist es gleich. Und das heißt, wenn wir dann den leichteren oder das dünnere Display haben, haben wir mehr Platz, wie gesagt, für andere Komponenten, was in diesem Fall ein größerer Akku ist. Das heißt, die Kapazität geht von 40 Wattstunden hoch auf 50 Wattstunden, was schon mal sehr gut ist. Aber gerade in Verbindung natürlich mit dem energieeffizienten OLED-Display plus einem besseren Prozessor, worauf wir gleich zu sprechen kommen, heißt das, dass wir, Valve gibt es an, eine Akkulaufzeit nun von 30 bis 50 Prozent mehr haben. Sie schreiben jetzt bis zu zwölf Stunden. IGN hat das Ganze bereits getestet, hat das LCD-Steam Deck mit dem OLED-Steam Deck laufen lassen. Beide komplett parallel, gleiche Einstellung, gleiche Helligkeit. Beides mit Cyberpunk 2077. Das LCD-Steam Deck ging nach anderthalb Stunden aus. Und anderthalb Stunden, das ist ja tatsächlich immer so die, ich sag mal, magische Grenze beim Steam Deck, wenn wir jetzt ein AAA-Spiel haben und das so einstellen von der Performance, dass es noch gut läuft. Egal, ob wir jetzt ein God of War nehmen, ob wir ein Hogwarts Legacy nehmen, Cyberpunk nehmen, Baldur's Gate nehmen. Wir haben in der Regel immer um die anderthalb Stunden Akkulaufzeit, vielleicht mal eine Stunde 25. Cyberpunk, wie gesagt, ging nach anderthalb Stunden aus auf dem LCD-Display, aber jetzt kommt es auf dem OLED-Steam Deck, lief das ganze Spiel zweieinhalb Stunden. Das heißt, ihr habt eine ganze Stunde bei einem super hungrigen Spiel mehr Akkulaufzeit. Und das ist absolut massiv, absolut massiv. Und jetzt stellt euch vor, ihr spielt Emulatoren von älteren Spielen, ihr spielt Indie-Spiele oder ihr spielt generell ältere Spiele, bei denen ihr vielleicht drei, vier bis hin zu fünf Stunden Akkulaufzeit habt. Und das könnte bedeuten, dass ihr plötzlich bei sieben, acht oder neun Stunden, wie gesagt, die zwölf Stunden, die angegeben sind von Valve, die sind in meinen Augen nicht realistisch, aber ich lasse mich da sehr, sehr gerne eines Besseren belehren. Aber selbst wenn wir jetzt von sieben, acht, neun Stunden sprechen, das ist unglaublich. Und vor allen Dingen, lasst uns das mal vergleichen mit der Akkulaufzeit eines ROG Allies oder mit der Akkulaufzeit eines Lenovo Legion Go, klar, dort haben wir eine höhere Auflösung. Das heißt, das Gerät muss einfach mehr arbeiten und mehr Energie aufbringen, um all diese ganzen Rechenoperationen umzusetzen. Aber das heißt natürlich auch, dass der Akku schneller leer geht. Und meiner Meinung nach ist ein Gerät nicht portable, wenn ich ein AAA-Spiel maximal 45 Minuten spielen kann. Ich habe es gemerkt, als ich selber mal mit dem Steam Deck unterwegs war und Baldur's Gate 3 spielen wollte, da habe ich mir schon gedacht, boah, möchte ich das jetzt unbedingt spielen, weil dann bin ich vielleicht bei einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, die ich spielen kann, dann ist das Steam Deck schon zur Hälfte leer. Und eigentlich, wie lange bin ich denn noch hier? Ich möchte ja eigentlich auch lieber ein bisschen länger spielen. Und wenn mein Gerät generell schon nach einer Dreiviertelstunde ausgehen würde, ist das für mich nicht portable. Punkt. Das ist einfach so. Es gibt Leute, die spielen generell nur im Docked-Modus oder generell, wenn das Teil am Strom angeschlossen ist. Aber auch wenn ich zu Hause spiele, auch wenn ich auf der Couch spiele, möchte ich doch nicht die ganze Zeit am Strom hängen. Und von daher jetzt zu wissen, dass wir AAA-Spiele zweieinhalb Stunden spielen können und lasst es meinetwegen auch zwei Stunden 15 sein bei anderen Spielen. Und selbst wenn es nur zwei Stunden sind, das spielt keine Rolle. Aber das ist ein unglaublicher Wert, den wir hier haben. Und das ist für mich tatsächlich die allergrößte Neuerung. Ich war generell, muss ich sagen, mit dem Akku von meinem ursprünglichen Steam Deck immer sehr zufrieden. Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, gerade bei den AAA-Spielen habe ich immer gedacht, ein bisschen mehr wäre schon cool. Aber das ist für mich definitiv die beste und größte Neuerung, die wir hier beim Steam Deck OLED haben. Wir haben ja auch immer gesagt, mehr Akku ist immer schön. Nämlich auf jeden Fall ja, also sehr, sehr gerne. Aber auch hier, lasst uns mal weiterschauen. Wir haben schnellere Downloads, denn wir haben das neue WLAN-Modul drin. WLAN 6E-Modul. Und das ist ja tatsächlich das, worum es in diesen ursprünglichen Gerüchten ging, als es eine Zertifizierung von Valve, ich glaube in Südkorea war das, gab, das gesagt wurde, okay, das ist wahrscheinlich ein WLAN-Modul, wahrscheinlich ein neues Bluetooth-Modul. Das wird aber wahrscheinlich nicht ein Steam Deck 2 sein, höchstens ein Steam Deck 1.5. Und ich habe mich natürlich auch selber so ein bisschen an der Diskussion beteiligt und habe auch da gesagt, nein, es wird kein Steam Deck 2 geben. Einen richtigen Nachfolger wird es so schnell nicht geben. Und genauso ist es ja auch gekommen. Dass das jetzt für mich ist, dass kein Steam Deck 1.5, was Valve gemacht hat, sondern Steam Deck 1.999. Wie gesagt, wäre da jetzt noch ein bisschen mehr Leistung drin gewesen, wäre das ein komplett neues Gerät gewesen. Von daher, das ist absolut, also diese, ja, ich sag mal, ich war gestern sehr angetan und teilweise auch ein bisschen überdreht, habe gesagt, boah, ich habe Gänsehaut, wenn ich mir das hier durchlese. Und diese Euphorie, die ist in keinster Weise verflogen. Das kann ich euch schon mal als Spoiler sagen. Die Euphorie ist immer noch Minimum genauso da, wie sie gestern da war, wenn nicht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber lasst uns weitergehen. Hier steht, leichter und kühler, ja. Also, das Steam Deck ist tatsächlich 30 Gramm leichter. Das sind 5 Prozent. Ich meine, 30 Gramm hört sich nicht viel an. Aber wenn ihr ein Gerät habt, welches circa 600 Gramm wiegt, dann machen 30 Gramm doch einiges aus. Und bei komplett gleicher Haptik, und ich habe euch immer gesagt, dass dieses Gerät für mich die absolut perfekte Haptik hat. Es liegt unglaublich gut in der Hand und ich finde es auch nicht zu schwer. Das muss ich auch sagen. Aber ich bin sehr gespannt, wie sich diese 30 Gramm auswirken werden. Wenn ich dann das neue Gerät in der Hand habe, bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, einfach, wie es sich anfühlt. Ich freue mich drauf und damit einher geht halt auch. Und das ist hier drin. Wir haben eine bessere Thermik drin. Wir haben einen besseren, ich habe es gestern, weil mir das Wort nicht eingefallen ist, Ventilator genannt. Natürlich ist das kein Ventilator, liebe Freunde. Natürlich ist das ein Lüfter, der da drin ist. Aber der Lüfter, der muss jetzt auch nicht mehr so viel arbeiten, da wir auch, wie gesagt, eine bessere APU haben, zu der wir immer noch gleich kommen. Das vergesse ich nicht, keine Sorge. Und das heißt, das Gerät wird generell nicht mehr so heiß. Der Lüfter muss nicht mehr so viel laufen. Wir haben sowieso bessere Lüfterkurven. Wir haben eine bessere Thermik und das bedeutet einfach, das Gerät wird kühler laufen. Und bei Spielen wie Baldur's Gate 3, jetzt nach dem Patch mit FSR 2.2, beziehungsweise nach dem Update, hat sich das definitiv gewässert. Aber gerade in diesem initialen Video, welches ich ja damals auch gemacht habe, habe ich gesagt, boah, das ist so heiß, das Steam Deck, dass ich mir teilweise schon Gedanken mache, dass das Ding drauf gehen könnte. Es war wirklich, wirklich heiß. Und wenn daran gearbeitet wird, wenn der Lüfter nicht mehr so schnell anspringt, ja wunderbar. Vor allen Dingen, es ist halt ganz interessant, viele haben immer gesagt, boah, das Steam Deck ist so laut und mit den Lüftern und alles. Da hat Valve in den anderthalb Jahren, seitdem das Steam Deck draußen ist, nicht nur daran, sondern generell, es gab, glaube ich, über 300 Updates fürs Betriebssystem. Die hauen eine gute Sache nach der anderen raus. Die haben diese Lüfterproblematik generell so gut in den Griff bekommen. Und dann sieht man jetzt die anderen Handhelds und fragt sich, wow, die Dinger sind die ganze Zeit an und laut. Ja, jetzt kann ich mit dem Steam Deck, lege ich mich ins Bett und auch wenn meine Frau im Bett liegt, lege ich mich trotzdem daneben und zocke auch eine Runde. Das ist kein Problem. Würde ich mich wahrscheinlich mit einem anderen Gerät eher nicht trauen, wenn da die ganze Zeit die Lüfter an sind. Von daher, bessere Lüfter, gleich leichteres Gerät nehmen wir mit, auf jeden Fall. So, wir gehen weiter. Wir haben, zu den verschiedenen Modellen kommen wir gleich, wir haben eine neue Tasche. Wir sehen hier übrigens auch das Logo, das ist jetzt rot. Das ist ja meine alte Tasche, die ich habe. Da seht ihr, da haben wir das blaue Logo. Das heißt, das rote Logo steht dann jetzt wohl für die OLED-Variante. Und was ihr hier seht, man kann dann dieses Innen Case rausnehmen. Das allerdings nur, wenn ihr euch die 1TB-Variante, also wirklich das große Steam Deck, das neue große Steam Deck kauft. Dann habt ihr die Tasche dabei, bei der ihr auch das Inlay rausnehmen könnt. Wie sinnvoll das Ganze jetzt ist, weil das verbraucht dann halt einfach weniger Platz, weiß ich nicht. Muss man auch gucken, ob die Tasche trotzdem sehr gut schützt oder ob sie einfach mehr Schutz bietet, wenn man auch diese Außenhülle benutzt. Das ist einfach ein kleines Gimmick, kann man mitnehmen, aber das wäre für mich nicht kaufentscheidend. So, und jetzt kommen wir mal zu den ganz wichtigen Sachen, nämlich die weiteren Updates für das Steam Deck OLED. Und zwar allgemein ist, und das ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache, die APU, das heißt, das ist ja letztendlich CPU, GPU kombiniert, wurde von 7 Nanometer auf 6 Nanometer aktualisiert. Das heißt, wir haben eine verbesserte Effizienz. Und da gab es auch Kommentare von euch, bei denen gesagt wurde, ey, okay, wenn das Ding jetzt in dem Sinne effizienter läuft, dann wird das doch auch mehr Power haben, oder? Ich gehe nicht davon aus, denn, und das sagen auch tatsächlich die ganzen Reviews aktuell, dass nun mit der 6 Nanometer Architektur der APU ein oder das Level der alten APU erreicht wird, dafür aber weniger Energie benötigt wird. Das bedeutet, auch das spielt natürlich in den Akku rein. Das heißt, wir haben einerseits bei dem Akku das Display, wir haben andererseits den größeren Akku plus wir haben die energieeffizientere APU. All das sorgt eben für diesen massiven Zuwachs an Akkulaufzeit. Aber es ist jetzt nicht geplant bei dieser APU, dass wir mehr oder dass wir die gleiche Energie wie damals aufbringen bei dem Steam Deck 1, aber dafür stärker laufen und mehr Power, mehr Performance auf die Beine bringen. Das ist nicht geplant. Ob es da in Zukunft irgendwelche Mods, Hacks, nennt es wie es Volt, geben wird, müssen wir sehen. Das ist jetzt noch nicht klar, aber aktuell ist das deswegen so geplant, von 7 Nanometer auf 6 Nanometer einfach, um die Energieeffizienz zu steigern. Dann haben wir einen aktualisierten Speicher für geringere Latenz, bessere Energieverwaltung, größerer Durchmesser, bessere Leistung des thermischen Moduls, haben wir ja gerade schon gesprochen. Bei der Anzeige, habe ich ja schon gesagt, sind wir auf 7,4 Zoll hochgegangen und ganz wichtig, die Bildwiederholungsfrequenz. Das habe ich euch auch gestern nicht erzählt, ist oder die steigt von 60 Hertz auf 90 Hertz. Ich meine klar, wir haben hier keine 120 Hertz, aber 90 Hertz ist auch definitiv eine Ansage und mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Verbesserung, die wir hier haben. Da haben wir es nochmal auf 1000 Nits erhöhte maximale Helligkeit, habe ich bereits angesprochen und die Abtastrate des Touchscreens, damit der Touchscreen einfach schneller reagiert. Wie gesagt, müsste man in Zukunft schauen, wie das ist. Dann, das hatten wir ja auch schon gesagt, WLAN und Bluetooth wurde beides verbessert, sodass das dort auch besser läuft. Bei dem Audio-Modul steht hier, verbesserte Basiswiedergabe mit insgesamt flacherem Soundprofil und Unterstützung der gleichzeitigen Verwendung des eingebauten Mikrofon-Arrays und der 3,5 mm Kopfhörerbuchse. Da muss man sehen, wie sich das Ganze in der Praxis auswirken wird. Ich muss sagen, ich bin mit den Lautsprechern meines Steam-Decks in der Regel eigentlich immer sehr zufrieden gewesen. Und wenn ich irgendein episches Spiel spiele, bei dem ich mich total beschallern lassen möchte, okay, dann setze ich mir Kopfhörer auf und dann habe ich eh den besten Sound. Von daher müssten wir schauen. Was ich ganz interessant finde tatsächlich, wo ich gestern noch gar nichts darüber gehört habe, ist bei der Steuerung neue Form und neues Material des Analog-Sticks für einen besseren Griff und weniger Staubanfälligkeit. Ich muss sagen, ich bin bei dem alten Steam-Deck immer sehr zufrieden gewesen mit der Griffigkeit und die Staubanfälligkeit finde ich eigentlich auch okay. Klar, man muss mal hier und da den Stick mal zur Seite machen und hier vielleicht so ein bisschen in den Zwischenräumen säubern, aber in der Regel war das okay. Da bin ich sehr gespannt, wie und ob oder ob und wie sich das letztendlich beim alltäglichen Spielen zeigen wird, weil wenn es eine Verbesserung ist, sehr, sehr gerne. Aber ich muss sagen, das sind sowieso für mich eine der besten Analog-Sticks, die ich bisher hatte bei all den Controllern oder Konsolen, die ich benutze. Von daher, aber wie gesagt, sehr, sehr gerne. Besser geht natürlich immer. Dann haben wir neues Material an der Rückseite der Analog-Sticks für ein besseres Interaktionsgefühl mit den vorderen Gehäusenschalen und insgesamt weniger Verschleiß. Okay, ich habe unfassbar viel gespielt. Die Dinger sind bei mir noch gar nicht verschleißt. Müsste man schauen, wie sich das dann auswirkt. Erkennung von Analog-Stick-Berührungen ist jetzt zuverlässiger. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, denn ich habe es beispielsweise bei Portal so hinterlegt, dass sich sobald mein Finger den Stick berührt, der Gyro-Sensor aktiviert wird. Und ich hatte nicht ein einziges Mal ein Problem damit. Also das lief bisher immer super. Schauen wir mal, wie sich das letztendlich auswirken wird. Dann haben wir noch die verbesserte Reaktionsfähigkeit und Fühlbarkeit des Switch-Mechanismus der Schultertasten. Okay, war ich eigentlich auch immer so weit zufrieden. Ich muss halt sagen, bei den Back-Buttons, die fand ich immer relativ schwierig zu drücken, weil ich habe die anfangs immer an der Stelle gedrückt. Also wirklich so gegen den Griff gedrückt. Fand ich immer ganz schlecht. Wenn man die aber hier drückt, also wirklich auf der Unterseite, dann ist das super. Aber das war wahrscheinlich ein Anwenderfehler von mir. Vielleicht kann man die jetzt auch besser drücken. Wobei die halt hier von den Schultertasten sprechen und nicht von den Back-Buttons. Müsste man schauen. Was haben wir noch? Wir haben noch Verhältnis der Schnappbewegung und der diagonalen Interaktion des Steuerkreuzes wurden angepasst. Gerade diagonale Interaktionen finde ich sehr interessant, denn ich finde das Steuerkreuz sehr gut. Aber gerade bei diesen 2D-Metroidvanias beispielsweise, die spiele ich in der Regel immer mit Steuerkreuz und eben nicht mit Analog-Stick. Da finde ich die digitale Bewegung relativ schwierig. Denn wir haben, wo haben wir es? Hier, ihr seht, wir haben halt diese vier Teile oder diese vier Richtungen. Aber in der Mitte, wie beispielsweise beim Xbox-Controller, da gibt es ja hier noch so kleine Zwischennöppel oder Zwischenraumausfüllungen. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Das klappt dort besser. Von daher ein besseres Steuerkreuz. Klar, nehme ich sehr, sehr gerne an, wenn es denn dann auch wirklich so ist. Und ein neu gestaltetes Trackpad für bessere Wiedergabe, Treue und Kantenerkennung. Wow, da bin ich sehr gespannt drauf. Ihr wisst, ich bin ein unfassbar großer Fan dieser Trackpads vom Steam Deck. Und ich spiele beispielsweise jetzt Stronghold darauf mit Maus. Ja, also dass ich halt die Maus simuliere. Oder wenn ich Disco Elysium spiele. Das gibt es auch mit Controller-Unterstützung. Aber ich habe halt einfach die Maus-Unterstützung an, weil ich das unfassbar gut finde. Und wenn das Ding, was für mich schon immer der absolute oder das absolute Kaufargument eben für dieses Gerät war, wenn das noch verbessert wird, well, take my money, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei der Steuerung haben wir noch ein deutlich verbessertes Tastengefühl und Präzision der Trackpad Haptic. Bin ich gespannt drauf. Wenn es deutlich verbessert ist, sehr, sehr gerne. So, Stromversorgung, das können wir, glaube ich, relativ kurz machen. Haben wir ja gesagt, Akkukapazität wurde erhöht. Und, wie gesagt, generell die ganze Effizienz des Gerätes. Dann ein schnelleres Laden mit verbesserter Akkuschemie. Das heißt, jetzt seid ihr von 20 auf 80 Prozent innerhalb von 45 Minuten. Ich müsste gucken, wie viel das beim alten Gerät war. Das weiß ich so gar nicht. Aber okay. Ansonsten Aktualisierung der Lade-LED. Dass sie jetzt wahrscheinlich farblich ist. Dann Unterstützung der Aktivierung aus dem Schlafmodus über längeren Power-Tastendruck. Okay, müsste man mal schauen. Das Netzteil ist nun länger. Das heißt, wir haben ein Meter längeres Netzteil. Wir haben nun zweieinhalb Meter statt anderthalb Meter. Müsste man schauen, wie sich das in der Praxis auswirkt. Ich war mit den anderthalb Metern immer sehr zufrieden. Ich befürchte, wenn das schon fast zu lang ist, dass sich dann irgendwelche Schlaufen bilden, wo man drüber fällt. Aber müsste man schauen. Und Logo zum Netzteil hinzugefügt. Ja, okay. Nice to have. So, Gehäuse gucken wir uns auch noch eben an. Das Gesamtgewicht ist auf 640 Gramm reduziert worden. Wie gesagt, vorher waren es 670 Gramm circa. Müsste man schauen. Und das finde ich auch ganz, ganz interessant. Wenn ihr selber an eurem Steam Deck rumschraubt. Und gerade Valve wurde ja auch immer dafür gelobt, dass gesagt wurde, hey, okay, wir können das Gerät beispielsweise selber die SSD austauschen. Wir können das super reparieren. Aber wir hatten teilweise Plastikschrauben hier hinten drin. Das wurde jetzt von Valve geändert, sodass wir Metallgewinde für die Schrauben auf der Rückseite haben. Das heißt, die haben tatsächlich mal ebenso die Schrauben verbessert, sodass wir noch leichter an dem Gerät rumschrauben können. Valve, das ist einfach ein verdammt guter Zug von euch. Vielen, vielen Dank. Hier steht es, neue Torx-Schraubköpfe. Wir haben weniger verschiedene Arten Schrauben im gesamten Gerät. Weniger Arbeitsschritte für Reparaturen. Verbesserte Zuverlässigkeit. Ja, und generell vereinfachte Reparatur. Das heißt, Austausch der Anzeige erfordert kein Abnehmen der Rückseite. Ja, also ganz ehrlich, damit zeigt ihr uns, Valve, dass wir User oder dass ihr uns auch gerne erlaubt, an dem Gerät rumzuschrauben. Und dass ihr uns ja sogar so ein bisschen in die Richtung bringen wollt. Ist fantastisch. Vielen, vielen Dank. Ansonsten Software. Müsste man halt schauen. Also letztendlich soll jetzt das fortsetzen, schneller laufen. Aber generell die Software, die wurde halt einfach in diesen anderthalb Jahren so unfassbar verbessert. Ich bin, wie gesagt, Steam Deck Nutzer der allerersten Woche. Also wirklich der allerersten Welle, die es damals gab. Und es wurde so, so, so vieles verbessert. Und gerade mit 3.5.1, was generell noch, oder 3.5 hat ja erstmal einen generellen Performance-Schub gebracht. Dann mit 3.5.1 die Möglichkeit des Undervoltings. Ja, in dem Sinne wurde es dann freigeschaltet, sodass wir das dann auch nutzen können ohne Umwege. Das heißt, Valve zeigt hier einen Langzeitsupport und verbessert das Gerät wirklich an allen Ecken und Kanten eben auch, ganz besonders bei der Software. Das kenne ich so von keiner anderen Firma und das ist wirklich der absolute Knaller. Dann haben wir eine Limited Edition. Die ist für uns relativ egal. Das heißt, ihr seht es hinten. Da habt ihr so Muster drauf. Das gibt es. Aber soweit ich weiß, genau hier steht es auch nochmal nur in den Vereinigten Staaten und in Kanada im Handel. Okay, das ist dann so. Dann gehen wir nochmal durch. Das sind jetzt nur nochmal allgemeine Informationen. Hier steht jetzt letztendlich, oder hier standen jetzt die Preise nochmal in Dollar drin. Aber wir wollen ja wissen letztendlich, was es in Euro ist. Und von daher klicken wir hier jetzt nochmal drauf. Und ganz interessant, wir wissen ja, es gab ja damals, oder was heißt damals? Aber es gab ja immer das Steam Deck in insgesamt drei Konfigurationen. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, das 64er zu nehmen. Wir hatten die Möglichkeit, das 256er zu nehmen und die 512er Version. Und es gab halt Leute, die haben gerne die 512er gekauft. Und dann gab es eine Menge, die haben die 64er gekauft, eben um dann selber eine 1TB SSD einzubauen. Und jetzt interessanterweise ist die 256er Version, also ich sage mal, wahrscheinlich die Version, die auch am wenigsten verkauft wurde, die Version, die noch in Zukunft als LCD-Modell zu haben ist. Denn schauen wir nochmal rein. Das ist jetzt eine Preissenkung auf 419 Euro. Das heißt, wenn ihr die 256er holt, dann habt ihr die ganz normalen Vorteile, eben ganz genau dieses Steam Deck. Das ist dieses Steam Deck mit der 256er. Könnt ihr euch kaufen, wurde jetzt gesenkt auf 419 Euro. Das heißt, haut ihr euch da dann beispielsweise eine 1TB SSD rein, seid ihr bei 500 Euro für dieses Gerät und dann ist das auch in Ordnung. Aber dann haben wir zwei OLED-Versionen. Und zwar einmal die 512GB Version. Das heißt, dort ist dann eine 512GB SSD drin für 569 Euro. Und das war vorher der Preis der 256er LCD-Version. Das heißt, wir haben jetzt hier in dem Sinne bei dem gleichen Preis, wobei ich glaube, das sind 200 Euro mehr, äh, 20 Euro mehr. Ich glaube, vorher waren es 549. Müsste ich aber nochmal nachschauen. Aber für fast den gleichen Preis haben wir nun in dem Sinne doppelten Speicher im Vergleich zu vorher. Wir haben die OLED-Anzeige. Hier steht es auch nochmal unterstützt HDR. Wir haben das größere Display. Wir haben die energieeffizientere APU. Wir haben das neue WLAN-Modell. Wir haben mehr Akku. Wir haben das neue Netzteil dabei für den Preis, den vorher die 256er-Version hatte. Wie gesagt, lasst es 20 Euro mehr sein, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber das heißt einfach, Valve haut jetzt mal eben ganz, 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 ganz viele Klamotten hier rein. Verdoppelt den Speicher. Verbessert das Gerät an so ziemlich allen Ecken und Kanten und lässt den Preis im Vergleich. Das ist unglaublich. Das ist ja wohl fantastisch. Und dann haben wir das Top-Modell, das neue Top-Modell. Das ist dann die 1TB OLED-Variante zum Preis der alten 512GB LCD-Variante. Jetzt mit einem Terabyte Speicher und dann den ganzen Vorteilen, die wir jetzt hier durchgesprochen haben. Also OLED-Display, größeres Display, bessere APU, besserer Akku und so weiter und so fort. Der einzige Unterschied zwischen 1TB OLED und 512GB OLED ist, wie gesagt, der Speicher, also 1TB zu 512GB OLED und wir haben dann die Tragetasche mit der herausnehmbaren Innenschale, bei der man dann halt schauen muss, bringt das was oder nichts. Damals war es ja, glaube ich, dass die 512-Variante, die ich habe, ich glaube, das farbige Logo hier hatte. Das heißt, da gab es in dem Sinne auch, ja, bei der Tasche so eine Art kleine Exklusivität, das gezeigt wurde, hey, du hast das große oder das beste Modell, deswegen kriegst du auch die beste Tasche von uns. Müsste man schauen, ob das was bringt oder nicht. Und ihr habt halt noch eine exklusive Startanimation und eine virtuelle Tastatur, aber da sage ich ganz ehrlich, nehmen, wegschmeißen, weil wenn ich eine gute Startanimation haben will, mache ich mir die selber drauf und die virtuelle Tastatur, die ganzen Tastaturen, die ich damals bei meinem Steam Deck dabei hatte, finde ich alle Schrott. Ich finde einfach die Standard-Tastatur immer noch am besten und am besten oder am lesbarsten. So, aber eine Sache haben wir hier noch, bevor wir dann noch gleich einmal darauf zu sprechen kommen, was das oder was dieser Zeitpunkt des Schrittes von Valve bedeutet, was das für bisherige Steam Deck Nutzer bedeutet im Vergleich zu den anderen Handhelds und so weiter und so fort. Bezüglich Einkauf, ihr bekommt jetzt die 64er-Variante. Das ist nicht refurbished, sondern nagelneu die 64er-Variante des Steam Deck 1, nennen wir es mal so, für 369 Euro und die 512er-Variante für 469 Euro. Da müsst ihr aber wirklich schnell sein, das heißt, wir haben hier eine Preissenkung. Da denke ich, wenn weg, dann weg. Hier haben wir eine Laufzeit oder eine Lieferzeit aktuell von ein bis zwei Wochen. Und wie gesagt, wenn ihr da zuschlagen wollt und nicht die ganzen Neuerungen haben wollt, ist das jetzt eine sehr, sehr gute Chance. Das neue Steam Deck, das OLED-Steam Deck wird ab dem 16. November verfügbar sein. Ich glaube, 19 Uhr müsste das sein. In deutscher Zeit können wir es dann reservieren. Ich glaube, ihr müsst dann wieder für 4 Euro irgendwie eine Reservierung hinterlegen, wenn es nicht sofort in den Verkauf geht. Und das bedeutet dann einfach wahrscheinlich so wie damals, dass man gucken muss, wann man das bekommt. Und da sage ich ganz ehrlich, da werde ich definitiv schnell sein müssen und wollen, weil ich es dann natürlich einfach so schnell wie möglich haben möchte. Und ich mir vorstellen kann, dass der Andrang groß sein wird. Denn dieser Zeitpunkt von Valve könnte meiner Meinung nach nicht besser gewählt worden sein. Denn wir erinnern uns gerade dadurch, dass das ROG Ally verkauft wurde und jetzt vor zwei Wochen das Lenovo Legion Go losging mit dem Verkauf. Also noch nicht anderthalb Wochen ist das her und viele haben noch nicht mal das Gerät und warten da noch drauf. Und gerade zu dem Zeitpunkt gab es ganz, ganz viele kritische Stimmen, sodass immer hinterfragt wurde, ja, aber was macht Valve? Was macht Valve? Sitzen die einfach nur da und drehen Däumchen? Denn ihr wisst, es gab ja auch eine offizielle Aussage eines Valve-Coders, dass erst mal in den nächsten Jahren kein Nachfolger kommen wird. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass vor 2025 kein neues Steam Deck kommt. Und wie gesagt, das ist ja jetzt in dem Sinne kein neues Steam Deck, denn das ist nicht das Steam Deck 2. Und von daher stand Valve einfach die ganze Zeit, ja, in der Kritik, oder nicht in der Kritik, sondern es wurde einfach gefragt, was, wie geht Valve damit um? Und ganz ehrlich, die Antwort hätte nicht besser ausfallen können, denn jetzt spricht aktuell keiner mehr über das Lenovo, jetzt spricht keiner über das ROG, jetzt spricht wieder jeder über das Steam Deck, über das Device, welches eigentlich das Handheld-PC-Gaming erst so richtig in Fahrt gebracht hat. Überall wird gesagt, die OLED-Variante ist jetzt die definitive Edition. Das ist eigentlich genau das Gerät. Oder es werden all die Kritikpunkte, die es damals bei den initialen Reviews gab, die werden jetzt dadurch, ja, beseitigt. Das Gerät ist jetzt eigentlich absolut perfekt. Und dadurch schafft Valve es die, ja, ich sag mal, die Aufmerksamkeit so stark wegzuleiten von den anderen Geräten und eben auf das Steam Deck zu leiten, das ist unglaublich. Und gerade jetzt natürlich vor dem Weihnachtsgeschäft, jetzt will jeder wieder ein Steam Deck haben. Weil ihr wisst, ich glaube, vor vier, fünf Wochen ist das Steam Deck das erste Mal seit Release aus den Top-10-Verkäufen in Steam rausgerutscht. Und da hatte ich auch noch gesagt, okay, so langsam wird es wahrscheinlich Zeit, eben dass dort was passiert. Und ja, es ist was passiert. Und zwar mit absolutem Knall. Und zwar mit so einem Knall, dass so gut wie alles verbessert wurde, was es zu verbessern gibt, aber eben nicht, ja, letztendlich der Prozessor verbessert wurde. Klar, von sieben Nanometer ab sechs Nanometer. Aber ich meine jetzt, dass mehr Leistung eingebaut wurde. Weil manche auch gesagt haben von euch, okay, aber der Z1 Extreme, wäre der eingebaut worden? Boah, das wäre doch mega gewesen. Aber nein, dann hätten wir nicht mehr die Akkulaufzeit gehabt, die wir jetzt haben. Dann hätten wir uns das komplette Verifizierungssystem kaputt geschossen. Und dann hätte Valve damit, weil das dann ganz klar ein Steam Deck 2 gewesen wäre, ein Signal gesendet an die ganzen User, dass dieses Steam Deck, das Steam Deck 1, eben nicht mehr aktuell ist. Aber nein, was macht Valve? Valve schraubt an so ziemlich jeder einzelnen Stellschraube rum, lässt aber die Leistung des Decks gleich und sagt damit, Leute, ihr habt jetzt die Möglichkeit, ein komplett verbessertes Gerät zu kaufen. Aber selbst wenn ihr das nicht macht, ist das kein Problem. Denn euer Steam Deck, was ihr vielleicht schon vor anderthalb Jahren gekauft habt, ist noch genau so aktuell letztendlich wie dieses oder wie das OLED Steam Deck, welches dann rauskommt. Und damit gibt Valve letztendlich an die User ein Versprechen, welches unglaublich ist. Nämlich, indem sie sagen, Leute, wir halten an diesem Gerät fest. Wir gehen jetzt nicht in dieses PC Master Race und hauen da einen neuen Prozessor rein und wollen einfach mehr Leistung, mehr Auflösung, mehr Frames, mehr irgendwas haben. Nein, das wird es nicht geben. Sondern sie sagen tatsächlich, wir verbessern das Gerät, ihr könnt upgraden, wenn ihr wollt. Aber auch wenn es nicht macht, ist euer Gerät trotzdem weiterhin top aktuell und absolute Priorität bei uns. Und das ist ein Schachzug von Valve, über den ich heute die ganze Nacht eigentlich nachgedacht habe. Und mir gedacht habe, wow, das ist der absolute Wahnsinn und das hätte man meiner Meinung nach nicht besser umsetzen können. Das hätte man nicht besser umsetzen können. Und ja, ich habe auch Kommentare von euch bekommen, in denen gesagt wurde, okay, ich habe mir jetzt beispielsweise vor zwei Wochen erst ein Steam Deck gekauft. Richtig mies, was soll ich jetzt machen? Und ich bin eigentlich kein Freund davon, Sachen zurückzuschicken. Aber wenn ihr beispielsweise in dieser Widerrufsfrist seid von eurem Steam Deck, könnt ihr drüber nachdenken, ob ihr das dann zurückschickt, dann halt diese eine Woche wartet und dann natürlich mit einer kleinen Wartezeit euch das andere Steam Deck holt. Das ist legitim, das ist kein Problem. Wenn ihr jetzt beispielsweise vor einem Monat oder so zugeschlagen habt oder beim letzten Sale, dann ist das ärgerlich. Das verstehe ich auch und da würde ich mich wahrscheinlich auch aufregen. Ich meine, wie gesagt, ich habe mein Gerät jetzt seit anderthalb Jahren und von daher hatte ich da eine wundervolle Zeit mit und werde das auch weiter haben, weil ich das natürlich behalten werde. Aber gerade wenn man sich etwas neu gekauft hat und dann wird ein Gerät rausgebracht, welches an so ziemlich allen Ecken und Kanten verbessert wurde, verstehe ich da definitiv, dass natürlich auch User vor den Kopf gestoßen werden. Aber ich glaube, dass Valve dort versucht hat, ja den perfekten Mittelweg zu wählen. Und stellt euch vor, sie hätten vor drei Monaten angekündigt, hey Leute, es kommt in drei Monaten ein Steam Deck OLED raus. Dann hätte sich keiner mehr das, ich sage mal, normale Steam Deck gekauft und dann wäre Valve mit dem Steam Deck gerade jetzt in diesem Handheld Master Race mit Lenovo und dem Ally komplett hinten rübergekippt. Und von daher ist der Schritt für mich nachvollziehbar, aber dass es natürlich einen kleinen Teil von euch gibt, der sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen, ja oder für den einfach bitteren Beigeschmack besteht. Ja, das verstehe ich und das tut mir auch wirklich leid für euch. Ich meine, wenn ihr es nicht mehr zurückgeben könnt, ihr habt natürlich die Möglichkeit, euer Steam Deck zu verkaufen und dann mit einem bisschen, ja ich sage mal, mit einem bisschen zusätzlichem Geld euch letztendlich die OLED-Variante zu kaufen. aber ihr müsst natürlich davon ausgehen, dass die Preise des Decks mit der Ankündigung gestern höchstwahrscheinlich sinken werden. Ich habe jetzt heute noch nicht reingeguckt bei Kleinanzeigen oder anderen Portalen, aber es wird halt eine Menge Leute geben, die jetzt wahrscheinlich ihr Gerät verkaufen und dann die OLED-Variante holen. Und von daher gehen die Preise runter und hättet ihr es eine Woche früher verkauft, wärt ihr wahrscheinlich besser dabei weggekommen. Aber ist das nun ein Grund abzugraden? Da würde ich so ein bisschen schauen, wie wichtig sind euch diese Neuerungen? Wie lange habt ihr das alte Gerät schon? Und ja, müsst ihr letztendlich dieses neue Display haben? Denn ich bin, wie gesagt, auch Switch-User des allerersten Tages. Ich habe es mir damals zum Release Day habe ich mir die Switch gekauft. Die habe ich hier immer noch rumliegen. Ich habe nicht auf die OLED-Variante geupgradet, sondern bin dabei geblieben. Wobei ich halt sagen muss, jetzt meiner Meinung nach sind die Verbesserungen an der Switch OLED besser als, Entschuldigung, an dem Steam Deck OLED besser als damals an der Switch OLED. Aber ich bin damals dabei geblieben. Und wenn ich diesen Kanal nicht hätte, würde ich auch ohne nachzudenken jetzt dabei bleiben. Da ist natürlich besser. Akku ist super. Aber in der Regel, ihr wisst es gerade mit Kindern, ich spiele in der Regel sowieso nicht länger als zwei Stunden am Stück. Deswegen ist es für mich kein Problem, zwischendurch zu laden. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, mehr Akku zu bekommen, würde ich die Möglichkeit natürlich nehmen. Das größere Display ist mit Sicherheit super und sieht toll aus. Muss ich das haben? Nein, muss ich nicht. Wenn ich es bekommen kann, ist es sehr gut. Jetzt ist es natürlich so, dass ich mein Gerät bereits seit anderthalb Jahren habe. Und von daher werde ich mir höchstwahrscheinlich auch die OLED-Variante kaufen. Werde sie mir dann anschauen. Und vielleicht geht dann meine LCD-Variante hier in den Familienbesitz über, sodass auch mal die Kinder damit spielen können. Weil bisher durfte niemand dieses Gerät anpacken. Niemand durfte damit, ich weiß nicht, die Etage wechseln, weil ich immer gesagt habe, ey, wenn das einer fallen lässt oder so. Das könnte jetzt die Möglichkeit sein, wenn ich mir die OLED-Variante dann kaufe, dass ich das abgebe. Ich meine, ob ich die letztendlich wirklich, wirklich kaufe, schaue ich dann, ob ich die Bestellung dann abschicke. Ich habe ja noch ein paar Tage Zeit nachzudenken, aber aktuell denke ich schon zu 90, 95 Prozent, dass ich mir die OLED-Variante kaufen werde. Aber wie gesagt, aus dem Grund, weil ich mein Steam Deck sowieso schon seit anderthalb Jahren habe, ich hatte hier hunderte Stunden Spaß mit. und dann ist es, glaube ich, auch okay, sich eine neue Version zu kaufen. Wobei ich halt sagen muss, das Ding läuft wie an, ach, das läuft besser als an Tag 1. Ich habe noch nicht ein einziges Problem gehabt, das läuft alles fantastisch und von daher wäre es eigentlich nicht nötig und hätte ich den Kanal nicht, würde ich das nicht machen. Punkt. Das ist so. Für euch bedeutet das, wenn ihr das Steam Deck schon länger habt, dann könnt ihr natürlich darüber nachdenken, ob ihr upgraden wollt. Und wenn ihr es wie gesagt erst seit 4, 5, 6, 7, 8 Wochen habt, würde ich es nicht machen. Es sei denn, ihr sagt, das sind so große Neuerungen, die will ich unbedingt haben. Aber wie gesagt, leistungsmäßig ändert sich nichts. Ihr könnt genau die gleichen Spiele spielen wie vorher. Es ist alles gleich. Und dann kam auch noch eine Frage auf gestern, ob es ein Upgrade-Kit geben wird. Ich denke nicht. Aber ich würde es auch nicht ausschließen. Ich meine, das Display, das ist jetzt ein bisschen dünner. Das wissen wir. Ich wüsste jetzt beispielsweise, ich würde sehr, sehr gerne, ich würde liebend gerne einfach das OLED-Display hier einbauen. Das wäre super. Ich weiß jetzt aber beispielsweise nicht, wie es sich dann mit diesem, sagen wir mal, fehlenden Platz, weil das Display dünner ist, verhalten würde, ob das ein Problem wäre oder nicht. Und von daher denke ich eher nicht, dass es ein Upgrade-Kit geben wird. Glaube aber trotzdem, wenn man dann das neue Display als Ersatzteile kaufen kann, dass nach ganz wenigen Tagen es die ersten Leute geben wird, die eben das OLED-Display in ihr Steam Deck LCD einbauen. Und da bin ich super gespannt drauf, was da passieren wird. Ja, ich habe eigentlich gedacht, das wird ein Video von 5, 6 Minuten. Das war jetzt fast bei einer Dreiviertelstunde. Es tut mir schon fast leid. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Und dass ich euch auf jeden Fall ein gutes Gefühl mitgeben konnte, dass, wenn ihr das alte Gerät habt, dies trotzdem top aktuell ist. Valve hat gestern an alle Steam Deck 1-Besitzer ein Versprechen abgegeben und gesagt, Leute, leistungsmäßig habt ihr weiterhin das absolute Top-Modell. Da wird nichts verbessert. Und ein schöneres Versprechen kann es von Valve nicht geben. Und wenn es Leute von euch gibt, die jetzt erst darüber nachdenken, Steam Deck zu kaufen, ist das der perfekte Zeitpunkt. Und ich glaube auch, dass eine Menge Leute, die sich dann vielleicht das Lenovo Legion Go holen wollten, jetzt doch eher auf Steam Deck umschwenken. Von daher Valve, Chapeau. Das ist ein ganz, ganz klasses Schachzug von euch gewesen. Aber wie gesagt, es sollte keiner traurig sein, sondern wir sollten den Tag gestern mit der Ankündigung des OLED Steam Decks als Versprechen von Valve sehen und dementsprechend einfach einer ganz, ganz rosigen Zukunft des Steam Decks entgegen gehen. Freunde, wenn ihr die Dreiviertelstunde durchgehalten habt, ihr wisst, ich liebe eure Kommentare. Ich habe es gestern geschafft, auf alles so ziemlich zu antworten. Heute Nacht und heute Morgen ist das gefühlt wieder explodiert. Muss ich gleich noch nachholen, werde ich aber nachholen, versprochen. Und gerade jetzt mit diesen neuen Infos, die wir haben, und ich habe das ja mal so ein bisschen hinterfragt, das Ganze, ihr wisst, ab in die Kommentare. Das ist für mich das Tollste, eure Kommentare zu lesen. Ansonsten Abo, Like, wenn ihr Bock drauf habt, sehr, sehr gerne. Aber Kommentar, das muss sein, weil ich liebe es, mit euch zu diskutieren. Und bevor ich raus bin, bevor ich es vergesse, ich möchte es wieder ein bisschen öfter machen bezüglich Kanalmitgliedschaften. Ihr wisst, ich danke jedem Einzelnen von euch, nicht nur den Leuten mit der Kanalmitgliedschaft, mit Patreon, sondern einfach jedem Einzelnen Verrückten, der sich hier hinsetzt und ein Video von mir anschaut. Finde ich einfach unfassbar gut. Ganz besonders namentlich danke ich natürlich den Lieblingsfans ohne Worten. Fairfone, Jusaronia. Vielen, vielen Dank. Meine Freunde, das war mein Monolog zum Wochenende, mein Wort zum Freitag sozusagen. Nun tippt ihr mal ein, was ihr nach einer Nacht schlafen zu dem Steam Deck OLED sagt. Ich freue mich auf die Diskussion mit euch. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.